35 Mädchen, die nur einem gefallen wollen. Prince Maxon. Er hat die Wahl. Eine erhält die Chance ihres Lebens. Ein Leben an der Spitze. Alle kämpfen um die Krone. Nur Amerika nicht. Sie möchte nicht gewinnen. Ihr Herz gehört längst einem anderen. Doch mit der Zeit beginnt sie zu zweifeln. Wird ihr Leben so schön werden, wie sie es sich in ihren Träumen ausmalt? 35 Mädchen. Eine Krone. Die Chance ihres Lebens.